So jetzt, komplettes Kontrastprogramm. So voll war unsere, also so groß aufgebaut, war unsere Bühne im Fernsehgarten überhaupt noch nie. Echte Weltstars stehen auf der Bühne. Kult! Erfolgreichste Band Großbritanniens. Seit einem halben Jahrhundert rocken sie die Bühnen. Das Ergebnis 118 Millionen, wie man so schön sagt, verkaufte Tonträger. Und in genau fünf Tagen erscheint das neue Album, das heißt Backbone. Das bedeutet so viel wie Rückgrat. Es ist der einzige Fernsehauftritt, und zwar bei uns im Fernsehgarten in Deutschland, bevor das Album veröffentlicht wird. Sie alle kennen die Mega-Hits. Und ja, starten wir mal mit Rock'n'Roll over the world. Hier sind Status Quo! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020